Hallo, ich bin Jenny, bin jetzt seit knapp einem Jahr bei Friedehorst und ich arbeite gerne bei Friedehorst, weil eigentlich alles passt. Es ist eine gute Bezahlung, es ist ein super Betriebsklima, die Kollegen sind alle super nett, in der Verwaltung auch, also man hat immer ein offenes Ohr. Es ist einfach toll und vor allem finde ich es schön, dass man hier super Arbeitszeiten hat, wenn man Familie hat. Ich bin Mutter von vier Kindern und es passt super in meinem Leben. Das habe ich vorher nicht so gehabt bei anderen Arbeitgebern. Deswegen bin ich gerne hier.